Mein Name ist Bernd Vogt. Ich bin erster Vorsitzender vom FSH Diesgar. Bei uns im Verein gibt es eigentlich nur Fußball. Eingedacht war am Anfang, Kindern das Fußballspielen in Diesgar uns viel schöner zu ermöglichen. Es haben sich aber auch schon Männer eingefunden, nachdem wir jetzt zwei Mannschaften haben, meine alten Herren und eine erste Männer. Wir bestehen seit sechs Jahren, seit 2005 und haben uns da stetig entwickelt von 70 Mitgliedern jetzt schon auf 135 und haben vor, natürlich die Mitgliederzahl noch weiter zu erhöhen.